Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Heute möchte ich die 15 besten Business-Tipps aus meinem Berufsalltag mit dir teilen. Inspiriert zu diesem Video hat mich ein Gespräch, was ich vor einigen Wochen schon geführt habe. Ich bin ja immer gut vernetzt und tausche mich gern mit Leuten aus meiner Community aus oder auch mit Menschen, die ich so kennenlerne. Ich habe mich mit einem Unternehmer unterhalten und es war einfach so ein Gespräch, wo wir uns einfach darüber unterhalten haben, wie man schneller vorwärtskommt, was so die grundlegenden Erfolgsgesetze sind. Das hat mich einfach inspiriert, heute mal dieses Video hier rauszuschießen, diese Episode zu machen. Deswegen würde ich gern mit dir jetzt mal diese 15 Tipps, die ich dann einfach so für mich zum Anlass genommen habe, mal niederzuschreiben, die würde ich gern mit dir teilen. Lass uns gleich starten. Tipp Nummer 1, täglich Kontakte machen. Gerade wenn du im Vertrieb, im Network Marketing, wenn du da unterwegs bist, da ist es unheimlich wichtig, dass du täglich neue Kontakte machst, um mit Menschen über dein Business, über deine Dienstleistung zu sprechen. Im Vertrieb haben wir so den Spruch, ohne Kontakte keine Kontrakte und das trifft den Nagel auf den Kopf. Stell dir einfach mal vor, was es für dein Business, für dein Unternehmen bedeuten würde, wenn du selbst jeden Tag 5 bis 10 neue Kontakte generieren könntest. Lass uns einfach mal 5 nehmen, dann wären es bei 5 Werktagen die Woche, dann wären es 25 Kontakte die Woche, bei 4 Wochen im Monat wären es 100, 1200 im Jahr oder in 10 Jahren eben 12.000 Kontakte. Und jetzt überleg mal einfach, was es für dein Business bedeuten würde, wenn du jedes Jahr mit 1200 Menschen über dein Business, über deine Produkte gesprochen hättest. Die Antwort kannst du dir, denke ich, für dich einfach selbst geben. Zweiter Punkt, Klarheit ist Macht. Egal ob es da um die Ziele geht, ob du in deinen Zielen absolut klar bist, ob es darum geht, Klarheit bei der Lösung von Problemen zu bekommen, egal was auch immer. Wenn wir einfach mal das Thema Probleme nehmen, dann ist das Problem mit den Problemen immer folgendes, dass man das Problem so im Kopf mit sich rumträgt, den lieben langen Tag und das behindert uns eigentlich mehr, wie das es uns vorwärts bringt. Und wir konzentrieren uns halt ständig auf das Problem anstatt auf die Lösung des Problems. Und ich habe mir vor vielen Jahren angeeignet und habe das auch angefangen, immer wenn ich irgendwas so im Kopf habe, wo ich merke, das irgendwie belastet mich das, dann nehme ich mir ein leeres Blatt Papier und hole diese ganzen Gedanken aus meinem Kopf und schreibe die eben aufs Papier und verschaffe mir so drüber Klarheit. Das könnte dann zum Beispiel sein, wenn du jetzt ein Problem hast, dass du dir einfach alles, was so da in deinem Kopf drin ist, einfach niederschreibst, was dich bedrückt bei dieser Geschichte, können aber auch Lösungsansätze sein. Also alles, was da im Kopf so drin ist und dann kannst du ja auf dem Blatt einfach mal sehen, okay, was ist denn das alles? Und dann siehst du zum Beispiel, okay, da brauche ich noch ein paar Infos dazu, kannst dir die Infos dann dementsprechend organisieren. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann stellst du fest, dass es in dir, ja, dass das Problem gar nicht mehr so schwierig ist, wie du es die ganze Zeit, ja, gefühlt hast oder zu dem du es eigentlich dann auch letzten Endes dann gemacht hast. Ja, also tut mir immer unheimlich gut und kann dir einfach nur den Tipp mitgeben, in jedem Bereich deines Lebens immer für Klarheit zu sorgen. Sorg dafür, was du willst oder wenn du ein Problem hast, schreib es auf, hol dir die nötigen Infos dazu und dann kannst du das Problem in der Regel sehr, sehr einfach, ja, lösen. Oder stellst fest, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du es gedacht hast. Dann schaff dir ein Umfeld, was Erfolg möglich macht, ob das jetzt in einem Mastermind ist, ja, oder ob du in deinem Unternehmen dich mit deinen Partnern regelmäßig triffst, um euch auszutauschen. Jim Rohn hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst und ist eigentlich auch logisch, weil wir werden zum Spiegelbild dieser Menschen. Wir nehmen die Gewohnheiten, die Eigenschaften, die Denkweisen an und das führt eben halt alles dazu, dass wir einfach schneller nach vorne kommen oder im Umkehrschluss, wenn es die falschen sind, dass wir ja einfach, ja, ich sag mal, zurückbleiben in dem Sinn, dass wir einfach nicht schneller vorankommen oder dass wir vorankommen und es dann ganz wieder einreißen. Also, ja, was in die eine Richtung geht, kann halt dementsprechend auch in die andere Richtung gehen. Tipp Nummer vier, gewöhnt ihr an, sofort feste Abläufe für wiederkehrende Aufgaben zu machen, ja. Da habe ich leider viel zu spät angefangen, was dann dazu geführt hat, dass das alles viel mehr Arbeit war, das so zu strukturieren. Heute ist es einfach, wenn ich eine Aufgabe auf dem Tisch habe, dann stelle ich mir einfach die Frage, kommt die öfters vor als einmal und wenn die öfters vorkommt als einmal, dann führe ich die aus, ja, und dokumentiere das und mache dann dementsprechend so einen Ablaufplan. Und so kann ich, wenn die Aufgabe wiederkommt, einfach entweder die Checkliste rausnehmen und kann die einzelnen Punkte abarbeiten, da muss ich mich nicht immer neu reindenken. Oder, was du auch machen kannst, du kannst es auf Video aufnehmen und dann dementsprechend deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen, dass die dann in Zukunft diese Aufgabe dementsprechend nach deinen Vorgaben und nach deinen Vorstellungen umsetzen können. Ja, spart dir jede Menge Zeit und Energie. Tipp Nummer fünf, vervielfältige deine Arbeitskraft. Wenn du zum Beispiel im Vertrieb unterwegs bist, ja, oder wenn du eine Vertriebsmannschaft hast, dann lass doch einfach den besten Verkäufer oder mach du selbst einfach die beste Verkaufspräsentation, die du jemals gemacht hast und zeichne das Ganze auf. Und dann kannst du es zum Beispiel als automatisiertes Webinar laufen lassen, ja, oder als Video. Und dann ist die Aufgabe nicht mehr immer das, was sowieso immer gleich erklärt werden muss, ja, von 20, 30 Personen immer wieder erklären zu lassen, sondern ihr habt einen zentralen Ort, zum Beispiel das Webinar oder das Video und dann ist die Aufgabe einfach genügend Interessenten immer wieder auf diese Präsentation zu bekommen und dann natürlich dementsprechend nachzufassen. Und, ja, und so kannst du, ja, viele Dinge automatisieren. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel, dass du anfängst, ja, wie schon eben erwähnt, Aufgaben einfach auf Video aufzunehmen und diese Aufgaben dann deinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Oder wenn du mit Freelancern arbeitest, denen das Video zukommen zu lassen, zu sagen, hier, siehst du, so mache ich die Aufgabe und so hätte ich es gern. Ja, dass das Ergebnis einfach immer, ja, ja, dass das Ergebnis einfach auch dann immer gleich bleibt. Du kannst zum Beispiel die Ausbildung deiner Mitarbeiter automatisieren, indem du vielleicht einfach eine E-Mail-Serie einmal erstellst, ja, wo dann dementsprechend auch Verlinkungen zu Videos drin sind. So kannst du einfach sicherstellen, wenn ein neuer Mitarbeiter in dein Unternehmen kommt, ja, trägst du ihn einfach in diese Serie ein und dann hast du einfach sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter, auch wenn du jetzt im Network Marketing bist, in der Unterstruktur immer, ja, das gleiche Wissen bekommt und auf dem gleichen Wissensstand ist, ja. So kannst du einfach viele Dinge nur einmal machen und kannst dann deine Arbeitskraft dadurch, ja, ja, vervielfältigen und kannst dich wirklich nur auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind, ob das dann Gespräche mit Mitarbeitern sind, ja, wo du individuell arbeiten musst oder whatever, ja. Also das ist so ein Punkt, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, vervielfältige deine Arbeitskraft und das muss nicht immer durch mehr Mitarbeiter sein, sondern das kann auch durchaus einfach dadurch sein, dass man einfach, ja, gewisse Aufgaben clever aufzeichnet, ja, und diese dann eben weitergibt. Okay, Punkt Nummer 6, Tipp Nummer 6, behalte den Überblick, ja, über dein Business und vor allen Dingen über deine Finanzen. Also, hatte ich mal einen kleinen Fehler gemacht, ich habe also das Thema Finanzen komplett abgegeben, Buchhaltung und so weiter outgesorst, ist grundsätzlich nichts Schlimmes, sondern eigentlich auch gut, habe aber dann versäumt mir, ich sage mal, monatlich oder regelmäßig dementsprechend Reports geben zu lassen, was dazu geführt hat, dass, wenn dann mal, ja, das Finanzamt kommt oder gewisse andere Dinge, dass du einfach, ja, nicht weißt, okay, habe ich jetzt das Geld dafür oder nicht? Und deswegen ist der Überblick über deine Finanzen extrem wichtig, weil wenn du keine Rücklagen bildest, ja, wenn du nicht ein gewisses System hast, dann kannst du, hast du keine Gelder für Marketing, ja, für Investitionen, also die Dinge, die dein Business nach vorne bringen. Und deswegen solltest du da nicht nur den Überblick behalten, sondern solltest auch nach einem Kontensystem arbeiten, wo du einfach immer von deinem Einkommen, ja, gewisse Prozentsätze in die verschiedenen Töpfe packst, sodass du immer Geld zum Beispiel für Marketing und so weiter zur Verfügung hast. Ein System, was ich dir da empfehlen kann, ist das Sechs-Konten-Modell von THF Egger, den Link, den packe ich einfach mit in die Shownotes, da kannst du dir das dann einfach mal anschauen. Tipp Nummer 7, bau dir viele PEQs auf, also passive Einkommensquellen. Ja, ist eigentlich selbsterklärend, umso mehr passive Einkommensquellen du hast, umso stabiler ist dein Einkommen, selbst wenn mal eine wegbrechen sollte aus irgendwelchen Gründen, hast du immer noch andere, die das Ganze tragen. Tipp Nummer 8, Fokus und 80-20, ja, könnte man jetzt im ersten Moment denken, naja, viele passive Einkommensquellen aufbauen und Fokus widerspricht sich ein Stück weit, ist aber nicht so, weil ich damit einfach meine, bau dir eine passive Einkommensquelle auf, fokussiere dich voll und ganz drauf und wenn das dann geschafft ist, dann kannst du anfangen, die nächste aufzubauen. Also immer erst eine quasi erfolgreich abschließen und dann zur nächsten gehen. Bei Fokus, es geht einfach auch darum zu schauen, okay, welche Tätigkeiten bringen mir denn den meisten Ertrag, was sind denn so die einkommenserhöhenden Aktivitäten und sich voll und ganz darauf dann eben auch zu fokussieren und nach dem 80-20-Prinzip zu arbeiten, einfach mal auf die Tätigkeiten zu schauen, was sind die 20% Tätigkeiten, ja, die 80% meines Ergebnisses liefern und einfach den Rest versuchen zu eliminieren, zu streichen oder eben andere machen zu lassen. Ja, so hast du mehr Zeit, ja, und hast aber auch mehr Energie, mehr Power für die wirklich wichtigen Aufgaben, weil dein Tag hat auch nur 24 Stunden, also so wie meine auch und da müssen wir sehr, sehr gut überlegen, für welche Aufgaben wir unsere Energie zur Verfügung stellen. Tipp Nummer 9, gib dein Bestes, ja, ich denke, dazu braucht man auch nichts Großartiges sagen. Versuche einfach immer, jede Aufgabe, die du machst, ja, jedes Kundengespräch, wo du machst, immer 100% zu geben, versuche immer dein Bestes zu geben. Die Menschen werden das merken, ob du ja mit Leidenschaft dabei bist, ob du Gas gibst, ob dir das Ganze wichtig ist oder ob du es einfach Dienst nach Vorschrift machst, ja, also gewöhn dir an, gib immer dein Bestes. Tipp Nummer 10, vermarkte dich, also sofern das möglich ist. Natürlich, wenn man ein größeres Unternehmen hat, steht oft auch mal, ja, vielleicht ein Produkt im Fokus oder was auch immer, aber wenn du jetzt, ich sag mal, im Vertrieb tätig bist, im Network Marketing unterwegs bist und deine Produkte und Dienstleistungen verkaufst, dann ist es von Vorteil, wenn du dich selbst vermarktest, weil du kommst da nicht in die Austauschbarkeitsfalle, weil du bist der Einzigste, der so ist, wie du bist, ja, du bist einzigartig, ja, und in dem Moment, ja, bist du nicht mehr vergleichbar. Und so solltest du dann dementsprechend auch, ja, dein Business kommunizieren nach außen. Kommen wir zu Tipp 11, schließt daran an, nutze Inbound-Strategien, nutze Marketing-Strategien, die dafür sorgen, dass sie dir Interessenten bringen, die tatsächlich Interesse an dem haben, was du hast, ohne dass du aktiv auf die zugehen musst, ja, also im Idealfall, dass Menschen dich kontaktieren und von dir, ja, Produkte kaufen wollen, dass Menschen dich anrufen, von dir einen Rat haben möchten, wenn du jetzt zum Beispiel ein Coaching oder eine Beratung anbietest, ja, nutze Strategien, ja, wie du es schaffst, dass Menschen eben auf dich zukommen. Wenn du hier ein paar Tipps brauchst, ja, dann kannst du dich auch gerne in meinen Newsletter eintragen, da gibt es dann ja noch mehr Tipps, ja, oder sieh dich auf meinem Blog um, also es gibt genug Möglichkeiten, sich, ja, über solche Strategien zu informieren. Zwölftens, selektiere, mit wem du arbeitest, egal ob es Kunden sind oder ob es Mitarbeiter sind, schau immer, dass du für dich die bestmöglichen Mitarbeiter, die bestmöglichen Kunden bekommst. Kunden, die erfolgreich sind, kennen wiederum erfolgreiche Menschen. Bedenkenträger kennen Bedenkenträger. Und deswegen ist es enorm wichtig, ja, auch mal Nein zu sagen, ja, für sich klar zu definieren, welche Menschen sind denn das Lebenselixier für mein Unternehmen und sich dann dementsprechend immer darauf zu konzentrieren, ja. Also auch hier kannst du wieder 80-20 anwenden, ja, einfach mal zu schauen, okay, welche 20% meiner Kunden sorgen denn für 80% meines Umsatzes und dann dich darauf konzentrieren, aus den 20%, ja, dann wiederum neue Kunden zu gewinnen, ja. Also, selektiere, ja, mit wem du arbeitest. Tipp Nummer 13, lerne alles über Marketing und Verkauf. Das ist, ja, so mit Abstand, ja, der wichtigste Tipp mit der Persönlichkeitsentwicklung, den ich dir an die Hand geben kann. Lerne alles über Marketing und Verkauf. Wir verkaufen immer und jederzeit, ob es jetzt hat, ob das Verkaufsgespräch dahingehend geht, dass wir unseren Kindern verkaufen, dass sie jetzt die Hausaufgaben machen oder ob wir im Autohaus verhandeln oder ob es für das eigene Business ist, ob wir, ja, dementsprechend mit Kunden zu tun haben, wo wir aktiv verkaufen müssen. Lerne alles, was du über Marketing und Verkauf wissen kannst und wenn du darin gut wirst, dann wird es ein wahrer Turbo für dein Business werden. Tipp 14, kommuniziere in Ergebnissen. Auch ein gewaltiger Tipp, ja, den ich leider viel zu spät, ja, hier oben verstanden habe. Ich muss auch dazu sagen, mir gelingt es manchmal heute auch noch nicht so richtig, ja, aber ich arbeite daran, da immer besser zu werden, ja. Die Menschen kaufen nicht, oder ich will es anders erklären. Wie oft erklären wir Menschen, ja, so wie toll wir sind, wie toll das Produkt ist, ja, wie toll das Unternehmen ist, wie toll der Marketingplan ist, ja, alles schön und gut, interessiert aber den Gegenüber nicht. Der Gegenüber stellt sich nur die Frage, was habe ich davon, ja, was ist da für mich drin, ja, welchen Vorteil habe ich, wenn ich mit dir zusammenarbeite und welche nicht. Und wenn du, wenn es dir gelingt, ja, Kommunikation so zu führen, dass du dem anderen immer zeigst, welches Ergebnis er hat, ja, dann wird es, ja, deine Abschlussquote verbessern, es wird, es wird einfach deinen Verkaufserfolg im Allgemeinen verbessern. Und das ist letzten Endes, was dir dann auch das Geld, ja, für dein Unternehmen bringt. Tipp Nummer 15, der wichtigste Tipp mit Marketing und Verkauf aus meiner Sicht, Persönlichkeitsentwicklung. Erfolg ist etwas, was erfolgt, ja, und wenn du dich in deiner Persönlichkeit weiterentwickelst, wenn du mehr lernst, wenn du das Erlernende anwendest, wenn du, umso mehr wie du halt eben Erfahrungen machst und Wissen aufsaugst, ja, umso mehr du in deiner Persönlichkeit wächst, umso mehr kannst du geben und umso mehr du geben kannst, umso attraktiver wirst du für andere, umso anziehender wirst du für andere, ja, und wenn du es schaffst, ja, deine Komfortzone zu verlassen, weil deine Persönlichkeit, weil du dich eben weiterentwickelt hast, wenn du weißt, wie du mit verschiedenen Situationen umgehst, dann wirst du selbst einfach, ja, ich sag mal, eine anziehende Persönlichkeit. Und deswegen ist Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, ja. Ja, sorge dafür, ja, dass du jeden Tag einfach ein kleines Stück für dich besser wirst und dann wird die Welt um dich rum auch ein kleines Stückchen besser werden. Okay, das waren jetzt so meine 15 Business-Tipps. Ich hoffe, ich konnte dir mit den Tipps ein paar Impulse geben, dich, ja, vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mir, ja, einen Kommentar hinterlässt, ein Feedback hinterlässt, ja, oder vielleicht diese 15 Tipps noch ergänzt, ja, finde ich auch immer ganz klasse, wenn du einfach dazu schreibst, was du, was für dich wichtig ist, ja, und lass uns da einfach alle gemeinsam voneinander lernen. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, gib mir einen Daumen hoch, ja, oder ein Like oder teils einfach mit deinem Netzwerk diese Inhalte und dann würde ich mich einfach freuen, ja, wenn wir uns, ja, in einer anderen Ausgabe dann dementsprechend wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, maximale Gewinne. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.